Hallo miteinander, mein Name ist Marius Sorkowski von Schauplatz der Travestie. In unserem Leben gibt es viele Algorithmen, welche unseren Alltag beeinflussen. Heute möchte ich drei meiner Favoriten erwähnen, welche meine ständigen Begleiter sind. Es sind Liebe, Dankbarkeit und Wünsche. Für mich ist Liebe, Zuneigung etwas, wofür ich meine Zeit investiere. Es sind Herzensangelegenheiten, welche mir einen inneren Frieden geben, etwas, wofür ich ohne Bedingungen einstehe. Ich bin dankbar dafür, dass ich hier bin, die Welt mitgestalte und dass ich am gesellschaftlichen Leben teilhabe, wo ich für mehr Werte wie Toleranz, Vielseitigkeit von verschiedenen Lebensformen berichte. Meine Wünsche sind, dass ich dir genau diese Werte vermittle und du diese annimmst. Jeder kann einen Beitrag für ein besseres gesellschaftliches Miteinander leisten, indem er die Botschaft von Transgendern versucht zu verstehen, untereinander teilt und die SK Welcome Home, die Transgender Stiftung, durch finanzielle Zuwendung unterstützt. Jeder Beitrag, ob groß oder klein, zählt. Auch ich habe meinen Beitrag dazu geleistet und würde mich freuen, wenn auch du dabei bist. Der 30. November, der Tag, an dem die Wohltätigkeitsveranstaltung stattfindet, wird ein Meilenstamm für neue Werte sein. Ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch, ihnen auf dieser Veranstaltung zu begegnen und wünsche euch alles, alles Liebe, euer Mario.